Willkommen auf dem Kanal Frohe Botschaft. Heute tauchen wir tief in das erste Kapitel des Buches der Offenbarung ein, auch bekannt als die Offenbarung des Johannes. Dieses Kapitel beginnt eine Reihe prophetischer Visionen, die Generationen von Christen über die Jahrhunderte hinweg fasziniert und inspiriert haben. Wir werden jeden Vers erkunden, den Sinn hinter den Worten entschlüsseln und den historischen sowie theologischen Kontext verstehen. Offenbarung 1 beginnt mit einem Gruß von Johannes an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Aber bevor wir fortfahren, wer war Johannes und warum hat er dieses Buch geschrieben? Johannes, bekannt als der geliebte Apostel, wurde wegen seines Zeugnisses von Jesus Christus auf die Insel Patmos verbannt. Dort erhielt er diese mächtige Offenbarung. Das Buch wurde um 95, 96 n. Chr. während der Herrschaft von Kaiser Domitian geschrieben, einer Zeit intensiver Verfolgung der Christen. Die Insel Patmos, gelegen in der Ägäis, wurde von den Römern als Verbannungsort für politische und religiöse Gefangene genutzt. Die Herrschaft von Domitian war geprägt von dem Bemühen, den Kaiserkult wiederherzustellen und die Christen, die sich weigerten, den Kaiser als Gott zu verehren, wurden schwer verfolgt. Dieser Kontext der Verfolgung verleiht der Botschaft der Offenbarung einen Ton von Dringlichkeit und Trost, der die Gläubigen ermutigen soll, im Glauben auszuharren. Das Kapitel beginnt so. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sandte er sie seinem Knecht Johannes, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er gesehen hat. Dieser Anfang ist entscheidend. Erstens betont er, dass die Offenbarung von Jesus Christus stammt und von Gott gegeben wurde, was den göttlichen Ursprung dieser Botschaft zeigt. Zweitens ist sie für die Knechte Gottes bestimmt, das heißt für alle Gläubigen. Johannes spricht auch von einem besonderen Segen. Glückselig ist, der liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Dieser dreifache Segen ermutigt zur öffentlichen Lesung, zum Hören und zur Befolgung der Prophezeiung und unterstreicht die Dringlichkeit und Wichtigkeit der Botschaft. Im Kontext jener Zeit war das öffentliche Lesen üblich, da viele Menschen Analphabeten waren und die Briefe wurden oft laut den Gemeinden vorgelesen. Johannes schreibt an die sieben Gemeinden in der römischen Provinz Asien, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Warum sieben Gemeinden? Die Zahl sieben symbolisiert in der Bibel Vollständigkeit und Vollkommenheit und deutet darauf hin, dass die Botschaft für die gesamte universelle Gemeinden bestimmt ist. Jede dieser Gemeinden befand sich in wichtigen urbanen Zentren der antiken Welt und stand vor spezifischen Herausforderungen, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden. Diese trinitarische Begrüßung betont die Ewigkeit Gottes, die Fülle des Heiligen Geistes und die oberste Autorität Jesu Christi. Die sieben Geister werden oft als eine Referenz auf den Heiligen Geist in seiner Fülle oder möglicherweise auf die sieben Hauptengel, die vor Gott dienen, interpretiert. Nun gibt uns Johannes eine beeindruckende Vision von dem verherrlichten Christus. Er beschreibt Jesus als angetan mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Jedes Detail hier ist symbolisch. Das Gewand und der goldene Gürtel stehen für Königswürde und Priestertum und erinnern uns an die Priester des Alten Testaments. Das weiße Haar symbolisiert Weisheit und Ewigkeit und verweist auf die Vision vom Alten an Tagen in Daniel 7, 9. Die Feueraugen deuten auf Gericht und tiefes Wissen hin, was zeigt, dass nichts vor den Augen Christi verborgen ist. Die Füße aus glänzendem Erz stehen für Stärke und Stabilität, fähig, das Böse zu zertreten. Die mächtige Stimme wie das Rauschen vieler Wasser zeigt die Majestät und die höchste Autorität Jesu. Johannes, als er diese Vision sieht, fällt wie tot zu den Füßen von Jesus. Dies zeigt die Angst und Ehrfurcht vor der göttlichen Herrlichkeit. Aber Jesus berührt Johannes und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus offenbart sich als das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende aller Dinge, und betont damit seine Göttlichkeit und den Sieg über den Tod und die Hölle. Er hat Autorität über Leben und Tod und bietet den Gläubigen Trost und Hoffnung. Die Berührung von Jesus an Johannes ist eine Geste der Ermutigung und Stärkung, eine Bestätigung seiner Gegenwart und Macht. Zum Schluss weist Jesus Johannes an, schreibe nun, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird. Diese dreigeteilte Struktur leitet das gesamte Buch der Offenbarung und umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jesus erwähnt auch die sieben Sterne in seiner rechten Hand und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die Leuchter repräsentieren die Gemeinden selbst, was den Schutz und die Fürsorge Christi für sie symbolisiert. Jeder Stern und jeder Leuchter steht für eine Gemeinde und ihren Schutzengel, was darauf hinweist, dass Jesus aktiv beteiligt ist und auf die Bedürfnisse und Situationen jeder Gemeinde achtet. Die Offenbarung wurde im Laufe der Geschichte auf verschiedene Weise interpretiert. Es gibt vier Hauptschulen der Interpretation, präteristische, futuristische, idealistische und historische. Die präteristische Interpretation sieht die Prophezeiungen der Offenbarung als Ereignisse, die bereits geschehen sind, hauptsächlich im ersten Jahrhundert. Die futuristische versteht, dass die Prophezeiungen noch am Ende der Zeiten erfüllt werden müssen. Die idealistische sieht das Buch als eine symbolische Darstellung des ewigen Kampfes zwischen Gut und Böse und die historische interpretiert die Offenbarung als eine Vorhersage der Geschichte der Kirche über die Jahrhunderte hinweg. Der Symbolismus ist ein zentrales Merkmal der Offenbarung. Viele der von Johannes verwendeten Symbole haben ihre Wurzeln im Alten Testament, insbesondere in den Büchern Daniel und Hesekiel. Zum Beispiel erinnert die Vision von dem verherrlichten Christus an die Vision des Alten an Tagen in Daniel und das Bild der sieben goldenen Leuchter kann mit dem siebenarmigen Leuchter des Tabernakels verglichen werden. Diese Symbole verstärken nicht nur die Kontinuität der Heiligen Schrift, sondern bieten auch Tiefe und Nuancen in Johannes' Botschaft, was ein reicheres Verständnis von Gottes Erlösungsplan ermöglicht. Die Offenbarung ist ein Buch der Enthüllung, aber auch des Trostes und der Hoffnung. Es passt in die christliche Theologie, indem es wichtige Aspekte wie die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, die Christologie, die Lehre von Christus und die Ekklesiologie, die Lehre von der Kirche behandelt. In Bezug auf die Eschatologie spricht die Offenbarung über das Ende der Zeiten und die Vollendung von Gottes Plan. In Bezug auf die Christologie stellt sie Jesus Christus als den souveränen Sieger über das Böse und den Tod dar. Und in Bezug auf die Ekklesiologie betont sie die Bedeutung der Treue der Kirche inmitten von Verfolgungen und Drangsalen. Das erste Kapitel der Offenbarung legt den Grundstein für die folgenden Visionen und Prophezeiungen. Es erinnert uns an die Souveränität Gottes, die Autorität Christi und die Gegenwart des Heiligen Geistes. Es ruft uns dazu auf, das Wort Gottes zu hören, zu lesen und zu befolgen und treu zu bleiben, selbst in Zeiten der Bedrängnis. Die Offenbarung ist ein Buch der Enthüllung, aber auch des Trostes und versichert den Gläubigen, dass Gott einen souveränen und gerechten Plan für die Geschichte der Menschheit hat. Möge diese Offenbarung uns Trost und Hoffnung schenken, in dem Wissen, dass Gott die Kontrolle hat und dass am Ende Gerechtigkeit und Wahrheit siegen werden. Bleiben Sie bei unserem Kanal für weitere vertiefte Studien der Offenbarung. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017